So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke, eine neue Infofolge zu Pokémon GO. Wir haben die ganze Zeit ja gewartet, dass die neue Season angekündigt wird, dass der September angekündigt wird, dass der Z-Day angekündigt wird. Jetzt haben sie alles auf einmal rausgehauen. Wir haben den Z-Day Classic mit Glumanda jetzt angekündigt. Ein Event mit den Startern der Paldea-Region, dann ein Bonus-Event, Hyper-Bonus-Paldea, was nochmal an einem anderen Zeitpunkt stattfindet. Alles zur GO-Battle-League ist jetzt rausgekommen. Alles bei der Pokémon-Go-Live.com-Seite. Ich will jetzt alles irgendwie abarbeiten, aber alles in extra Videos, dass das Thema direkt in dem Video genannt wird und fangen an mit dem Community-Day Classic. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht. Classic, ja okay, es war eh schon mal da und kriegt jetzt einen Classic Z-Day, aber Glumanda ist das Pokémon mit den meisten Z-Days überhaupt jetzt, denn es hat einen Z-Day gehabt. Es hatte nochmal einen Wiederholungs-Z-Day dann regulär, nicht wegen Fehlern, sondern der hat einfach einen zweiten Z-Day bekommen, kriegt jetzt den Z-Day Classic. Das heißt, es ist der dritte Glumanda-Z-Day. Davon abgesehen, es ist eigentlich ein cooles Pokémon. Mega Glurak XY ist sehr nützlich, ist sehr stark, kann man immer mal mitnehmen. Und wer noch kein Shiny hat über so ein schwarzes Glurak, freuen die Leute sich sowieso. Community-Day Classic im September mit Glumanda. Das Ganze natürlich am Samstag, den 2. September von 14 bis 17 Uhr. Pokémon des Tages. Glumanda erscheint vermehrt mit einer erhöhten Shiny-Rate an exklusive Attacke Feuerodem und Lohe Kanonade, wenn man ein Glumanda zu Glurak entwickelt. Lohe Kanonade auf jeden Fall wichtig, die Z-Day-Attacke Feuerodem ist eine sofort Attacke, kann es dann auch wieder erlernen. Wenn ihr noch kein gutes Glurak habt oder so, nehmt halt ruhig mal eins mit, wenn ihr ein paar Shinies sammeln wollt. Ich werde den Z-Day trotzdem spielen, egal ob es jetzt der 10. Glumanda-Z-Day wäre, würde ich den spielen. Es gibt Feldforschungsaufgaben mit Glumanda. Es wird eine Spezialforschung geben, wieder für einen US-Dollar, die ich auch jedem empfehle, weil, naja, für ein Euro im Monat machst du nichts verkehrt. Und es ist halt schön, beim Z-Day nebenbei kurz diese paar Quests abzuschließen, diese Forschung fertig zu machen. Du kriegst auch direkt eine Begegnung mit einem Glurak, was auch richtig stark aussieht. Und weil das ja dann ein Glurak ist aus der Quest, hat er es auch Mindest-IV, hat also recht gute Werte. Manche haben sogar da einen Hunderter schon mal rausgekriegt oder einen Shiny aus der Quest, gerade mit besseren Werten. Ihr könnt mir das Z-Day-Ticket wieder schenken, müsst ihr aber nicht, ich würde es mir auch selber holen. Bis jetzt ist Henry der Titelverteidiger, wie mein Buddy heißt, weil Henry mir das letzte Ticket geschenkt hat. Mal gucken, wer mir dieses Mal ein Z-Day-Ticket schenken möchte und dann so heißt, wie mein Buddy. Event Boni. Es ist ein Classic, also wie früher gibt es weniger Boni. Bei den normalen habt ihr ja jetzt immer gefühlt alles mit einmal dabei. Aber wie damals gibt es einfach nur den 3-Stunden-Rauch, die 3-Stunden-Module, Schnappschüsse und einen Bonus, nämlich 3-fach Sternenstaub. Bei richtigen C-Days mittlerweile ist ja noch dies und das und Ananas dabei. Also Ananas nicht unbedingt, aber da habt ihr meistens noch einen zusätzlichen Spezialtausch. Tauschen kostet weniger und mehr XL-Bonbons und generell mehr Bonbons und dann noch hier. Also das ist einfach nur ein Boni, eine Attacke, ein Pokémon. Bam. 3-fach Staub ist natürlich cool. Also selbst die Leute, die gar keinen Bock drauf hätten, könnten da ein bisschen Staub farmen. Befristete Forschung. Am Samstag, den 2. September von 14 bis 17 Uhr. Eine befristete Forschung, bei der Mega-Energie für Glurak als Belohnung wirkt. Also nutzt das wirklich, um euch noch ein schönes Mega-Glurak zu sichern. Wenn ihr bisher noch gar keins entwickelt habt, ist auch schon länger her, dass Mega-Glurak in den Mega-Raids war. Würdet hier jetzt Energie während des C-Days aus einer Forschung kriegen, damit ihr auch mal eins entwickeln könnt. Und was auch dabei steht, Pokestop Showcases. Ist ja zu den letzten C-Days immer gemacht worden und stand glaube ich sonst gar nicht dabei. Steht jetzt mit dabei. Wir können uns also theoretisch darauf verlassen, dass immer zu jedem C-Day auch immer ein Showcase zu dem jeweiligen Pokémon mit dabei sein wird. Auf die Showcases freue ich mich persönlich auch immer mit am meisten. Es gab noch keinen Glumanda-Showcase. Das ist die ganze News. Das ist der ganze C-Day. Wir machen gleich weiter, aber in einem extra Video. Was sagt ihr dazu? Habt ihr Bock auf Glumanda? Braucht ihr noch einen Glumanda? Werdet ihr den C-Day spielen? Seid ihr enttäuscht? Was habt ihr sonst so? Schreibt es mir in die Kommentare. Peace out for Haut. Euer Ramses. Euer Ramses.